Herzlich Willkommen auf der IAA. Herzlich Willkommen am Palfinger Messestand. Palfinger präsentiert hier eine breite innovative Produktpalette von Baustoffkranen bis zu Holz-, Forst- und Recyclingkrane, Containerwechselsysteme, Mitnahmestapler oder Hubarbeitsbühnen. Viel Spaß und viel Erfolg allen Besuchern und Ausstellern. Willkommen bei MBB Palfinger. Wir präsentieren Hubladebühnen von 750 bis 2000 Kilo Tragkraft. Und draußen im Freigelände unser Demo-Trag ausgestattet mit der 1000 E der Hubladebühne ohne Hydraulik. Hydraulik. Und draußen im Freigeländeitu Großm satellites,itude, und verlässer positioned deutlich mehrlich. Weiter und damit die